In diesem heutigen Vivi-Video geht es mal um ein anderes Thema und zwar nämlich um das Thema Sucht beziehungsweise über das Thema Überinvestieren in die Vivi-App. Ich habe auf jeden Fall ein paar Tipps mit dabei, wie du es ganz erkennen kannst und wie zum Beispiel auch ich fahre, um nicht über zu investieren in die Vivi-App. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bevor wir einmal in das Video reinschauen, möchte ich ganz klar betonen, Vivi selbst ist an sich keine Glücksspiel-App. Es gibt jedoch einige Leute da draußen, die mich auch angesprochen haben und gesagt haben, hey Cap, mach doch mal bitte ein Video über Überinvestitionen, zum Beispiel in Vivi und wie du zum Beispiel damit umgehst, was für eine Strategie du zum Beispiel hast und so weiter und so fort und wie du das Ganze auch präventionsmäßig behandeln kannst, unter anderem, dass du auch nicht überinvestierst in diese App beziehungsweise dich selber auch einfach davor schützen kannst. Eine Sache, die du zum Beispiel machen kannst, ist zum Beispiel mal deine Kreditkartenabrechnungen einfach mal zusammenzurechnen und zu schauen, okay, wie steht es denn eigentlich momentan um meine Ausgaben in Vivi zum momentanen Zeitpunkt, vielleicht auch in der Vergangenheit und wie steht das im Verhältnis zu meinen momentanen Einkünften, die ich beziehe. Ist das in einem gesunden Verhältnis oder gerät das tatsächlich hier schon aus den Fugen und sollte ich mir doch vielleicht mal Gedanken machen, hier deutlich weniger in die App zu stecken. Sollte das Ganze in einem guten Verhältnis stehen, musst du dir an dieser Stelle eigentlich keine Sorgen machen. Wenn du aber merkst, okay, irgendwie wird das da irgendwie ein bisschen zu viel, dann solltest du mir auf jeden Fall jetzt in diesen Minuten mal ganz genau zuhören. Aber auch vielleicht für die Leute, die sich jetzt denken, okay, eigentlich ich stecke gar nicht so viel in die App und eigentlich bin ich relativ zufrieden damit, dann solltest du vielleicht trotzdem aber zuhören, denn ich habe auf jeden Fall meiner Meinung nach eine recht coole Strategie, wie ich relativ gut fahre und einen relativ geringen Investment momentan auch in Vivi relativ gut fahren kann und mir immer wieder auch Sachen kaufen kann, die ich persönlich mag und auch zum Beispiel flippen kann und dadurch zum Beispiel gute Profite mache. Nun haben wir erstmal schon den Punkt 1, die Selbstreflexion bzw. Selbstanalysieren der Kreditkartenabrechnungen beispielsweise. Ein weiterer Punkt, den du auf jeden Fall warten solltest, wo du dich auch selbst reflektieren kannst, ist einfach mal zu schauen, okay, wie gehst du in Drops rein? Formust du in Drops rein? Das heißt, hast du Angst, diesen Drop zu verpassen und steckst womöglich mehr Geld rein, als du eigentlich für diesen Monat antizipiert hattest, dann solltest du definitiv dort lieber dich zurückziehen und zu sagen, hey, okay, dann kann ich halt in diesem Drop nur ein Collectable mitnehmen, anstatt eigentlich vier, wo ich eigentlich reinfummen wollte, denn das solltest du einfach machen, um dich selber davor zu schützen, zu viel Geld auszugeben, was du eigentlich gar nicht hast. Bist du dabei, zum Beispiel dein monatliches Limit um 50 bis 100% zu überschreiten oder tatsächlich mehr, dann solltest du dir definitiv Gedanken machen und vielleicht auch nochmal überlegen, ist das jetzt gerade so nötig und brauchst du dieses Collectable jetzt unbedingt oder kannst du vielleicht nochmal einen Monat warten? Beispielsweise auch, was das Thema FOMO angeht, wir hatten letztens einen Pump, viele Leute haben dann auch schon mal nachgekauft, weil sie Angst hatten, jetzt den Zug zu verpassen, weil es jetzt irgendwie nach oben geht. Meiner Meinung nach hat man relativ schnell danach gesehen, die Preise sind auch wieder abgefallen, beispielsweise das Demot-Willi ist bis 500 hochgepumpt, liegt jetzt auch wieder bei 335 Dollar. Also man sieht, man sollte auf jeden Fall auch bei sowas in solchen Pumps niemals reinkaufen, immer warten, ein paar Tage danach und dann vielleicht nochmal nachkaufen, aber man sollte auf jeden Fall niemals dort reinfummen und dann vielleicht sogar, wie gesagt, Geld ausgeben, was man eigentlich gar nicht hat. Ausnahmen sind hier natürlich irgendwelche Sonderzahlungen und so weiter und so fort, die du von deinem Arbeitgeber zum Beispiel bekommst, sei es, dass du zum Beispiel Weihnachtsgeld bekommst und dann zum Beispiel einfach mehr Liquidität zur Verfügung hast und dementsprechend dir vielleicht auch mal zu Weihnachten ein bisschen mehr was gönnen möchtest und dementsprechend aber das auch im Gesamtbild aber passt und du nicht komplett überinvestierst und dein gesamtes Gehalt in Vivi packst. Man muss natürlich ganz klar sagen, es gibt einige Leute, die das machen, aber auch mit einem kalkulierten Risiko. Das heißt, diese Leute haben an dieser Stelle schon zum Beispiel gewisse Sicherheiten seines Wohnungen und so weiter und so fort, die geben dann halt einfach ein bisschen mehr aus. Da muss man einfach selber schauen, okay, was für ein Risiko kann ich eingehen? Zum Beispiel habe ich Familie oder habe ich zum Beispiel nur eine Mietwohnung und keine großen Reserven? Dann solltest du natürlich auch dein Risiko deutlich runterschrauben. Jemand, der natürlich mehrere Mietwohnungen hat und zum Beispiel ein stabiles Einkommen oder ein überdimensionales Einkommen hat, der kann natürlich dann mal 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat vielleicht sogar ausgeben oder zum Beispiel auch sein komplettes Monatsgehalt, weil er nicht unbedingt darauf angewiesen ist, weil er gewisse Sicherheiten hat. Da musst du natürlich ganz individuell für dich schauen. Solltest du aber zum Beispiel Kredite aufnehmen oder dir Geld von Freunden leihen, um an bestimmten Jobs teilzunehmen, dann kann ich dir definitiv davon abraten, das überhaupt zu machen, denn das zeigt tatsächlich, dass du hier eine gewisse Suchtendenz hast und solltest du diese Tendenzen aufweisen, dann solltest du dir definitiv als erstes mal überlegen, ob du vielleicht eine Pause einlegen solltest. Wir hatten da zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel aus der Community letztens, wo sich jemand zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, hey Leute, ich habe das Gefühl, ich bin süchtig, ich werde mich erst mal zurückziehen. So was muss ich sagen. By the way, größten Respekt dafür, dass du das gemacht hast, wenn du das Video sehen solltest. Ja, das sollte man definitiv machen und man sollte davor auch jetzt nicht zurückschrecken und sagen, oh ja, ich kann das ja jetzt nicht verpassen. Mach es lieber, um dich selbst zu schützen und wenn du merkst, okay, du hast aber trotzdem diesen Drang und du kannst dich irgendwie nicht zurückhalten, hol dir professionelle Hilfe. Sei dir nicht zu fein dafür, mach das. Dabei gibt es unter anderem auch gewisse Beratungsstellen, da das Ganze tatsächlich eher in Glücksspiel beziehungsweise Spielsucht geht. Hier auf jeden Fall einige Telefonnummern. Ich werde das Ganze natürlich auch unten verlinken für dich, wo du dich zum Beispiel melden kannst. Hier zum Beispiel von der BZGA. Dort gibt es unter anderem hier auch eine Rufnummer. Das Ganze ist kostenfrei anonym, also musst du dir auch keine Gedanken machen, dass es irgendjemand erfährt, dass du dort angerufen hast. Ansonsten gibt es noch eine weitere Sucht- beziehungsweise Spielsuchttherapie.de, wo es auch nochmal für jedes Bundesland in Deutschland hier auch nochmal spezielle Telefonnummern gibt. Natürlich auch kostenfrei und anonym. Dementsprechend hol dir dort Hilfe, falls du solche Tendenzen aufweisen solltest. Solltest du natürlich aber auch Freunde oder Community-Mitglieder beobachten, die so handeln, machst dir darauf aufmerksam und versuchst sie dazu einfach mal zu bringen, sich selbst zu reflektieren oder sich zum Beispiel auch dieses Video einmal anzuschauen, um einfach ein gewisses Gefühl dazu bekommen. Ansonsten kann man leider tatsächlich teilweise nicht mehr tun, als ihm das wirklich auch zu sagen, denn im Endeffekt ist jeder für sich selber auch irgendwo verantwortlich. Kommen wir jetzt aber zu meinem Plan, wie ich persönlich zum Beispiel vorgehe, um mich vor einer Überinvestition zu schützen. Ich persönlich habe zum Beispiel ein festes Limit, was ich pro Monat investiere. Ich persönlich habe zum Beispiel ein Limit von 200 Dollar beziehungsweise 200 Euro pro Monat, was ich pro Monat maximal investiere. Ganz klar maximal. Manche Monate investiere ich tatsächlich sogar gar nichts, weil ich durch zum Beispiel Flippen mir einfach auch dort die Gems wieder reinholen kann, durch Verkäufe und dementsprechend auch teilweise relativ liquide bin und wie gesagt manchmal 0 bis 50 oder nur 100 Dollar pro Monat in die App investiere und so eigentlich auch relativ gut fahre und mich natürlich auch für eine Überinvestition schütze. Außerdem kann ich natürlich dann sagen, okay, irgendwie, ich habe jetzt mir ein bisschen was zusammengespart. Ich kaufe mir jetzt zum Beispiel einfach mal in diesem Monat etwas sehr viel Größeres, habe damit aber auch nicht mein monatliches Limit von 200 Dollar theoretisch überschritten. Außerdem gehe ich extrem geringes Risiko ein bei Drops. Momentan kann man eigentlich relativ gut einschätzen, ob ein Drop über Droppreis geht oder unter Droppreis. Prinzipiell kann ich sagen, dass es sehr, sehr viele Gamble Drops auch da draußen gibt, wenn man zum Beispiel weiß, okay, eigentlich geht nur die Secret Rare über Droppreis. Für mich persönlich sind diese Drops dann alle ein Skip, denn ja, meiner Meinung nach lohnt sich das nicht. Der Gamble ist es einfach nicht wert und seien es auch teilweise Comics und im Endeffekt sind es immer noch 7 Euro, die du dann investierst und wenn du zum Beispiel pro Monat ja 10 Drops davon mitnimmst, dann sind das halt trotzdem einfach nochmal 70 Euro, die dir tatsächlich fehlen im Portemonnaie, die du tatsächlich deutlich besser und sinnvoll auf jeden Fall auch in die App investieren könntest. Und wie schon gesagt, ich kaufe zum Beispiel wie gesagt nur Drops, die definitiv über Droppreis gehen. Gutes Beispiel ist zum Beispiel hier Incredible Hull Cash Deck 1. Das habe ich zum Beispiel gekauft, habe das Ganze gekauft, wiederum geflippt, auf dem Market dann nochmal eine günstige Mint geschossen, das Ganze wiederum geflippt und bin im Endeffekt mit einem guten Plus raus und konnte mir im Endeffekt auch wiederum Collectibles kaufen, die ich persönlich mag. Darum geht es hier nämlich. Ich bin prinzipiell kein Feind gegen Flipper, denn solange es am Endeffekt Liquidität ist, was genutzt wird, um wiederum sich Collectibles in der App zu holen, die man wirklich haben möchte, ist das meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, okay, hey Cap, das ist ja schon gut, aber wie identifizierst du Drops, die gut sind? Drops, die gut sind, identifiziere ich an verschiedenen Punkten. Zum Beispiel einmal, ist der Charakter bzw. die Lizenz auch wirklich beliebt? Wie ist die Edition-Auflage zum momentanen Marktgeschehen? Das heißt, haben wir momentan eine große Userschaft bzw. eine große Nachfrage nach Collectibles oder nicht? Wie zum Beispiel momentan, wo einfach sehr, sehr wenig Nachfrage ist und die Editions deutlich lower sind, ist es manchmal auch ein bisschen kompliziert einzuschätzen, okay, geht dieses Ding jetzt über Droppreis oder nicht? Ein Beispiel kann ich aber zum Beispiel nennen, um das einfach ein bisschen zu veranschaulichen. Der Kung Fu Panda Drop war zum Beispiel mit einer zu hohen Edition-Auflage. Dort war es eigentlich schon absehbar, dass das Ganze unter Droppreis gehen wird. Und hätte dieser Drop zum Beispiel statt 3.900 nur 1.000 Editions gehabt, wäre das Ganze über Droppreis gegangen. Also hier ein kleines Beispiel, um dir einfach mal so ein Gefühl dafür zu geben. Ansonsten ist natürlich auch das gesamte Marktsentiment sehr wichtig. Das heißt, gehen insgesamt auch relativ viele Drops momentan über Floorpreis oder unter Floorpreis. Das sollte man definitiv auch berücksichtigen. Ansonsten ist auch wichtig zu schauen, okay, ist die Fudor momentan eine FE auf der Blockchain bzw. eine FA auf der Blockchain oder nicht? Das ist auch relativ signifikant für die Preisentwicklung danach. Ansonsten sind auch Punkte, wie teuer ist der Job sehr wichtig? Unter anderem auch, hat das gesamte Collectible Utility und ist das gesamte Collectible animiert bzw. der gesamte Job animiert zum Beispiel oder der gesamte Job hat Utility? Dann sind das immer sehr, sehr positive Zeichen. Kannst du diese meisten Sachen mit Ja beantworten, hast du eine relativ hohe Chance in den meisten Fällen, dass der Job auch positiv ausfällt, du das Ganze flippen kannst und den Profit dann wiederum umschichten kannst in Collectibles, die du magst. Was natürlich ganz wichtig ist, behalte hier auch immer deine Gewinne unbedingt im Arm. Auge, dass du nicht über die Freigrenze kommst. Solltest du über die Freigrenze kommen, dann sammle auf jeden Fall alle Transaktionen, die du gemacht hast, um das dann später auch in einer Steuererklärung sachgemäß anzugeben. Wenn ich dir an dieser Stelle mit dem gesamten Video helfen konnte, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend und bis dann dein Käpt'n. Ciao, ciao.